Best for Soil – Fruchtfolge – Praktische Informationen Hallo, ich bin Saskia und arbeite bei Delphi, einem Forschungs- und Beratungsdienst rund um den Ackerbau. Um eine gute Bodengesundheit zu erreichen, ist eine gesunde Fruchtfolge von großer Bedeutung. Wie du das machst und was alles dabei ist, kannst du in diesem Best for Soil Video sehen. Eine gute Fruchtfolge kann dazu beitragen, Ernteschäden durch Schädlinge und Krankheiten zu vermeiden und gleichzeitig die Bodengesundheit zu erhöhen und zu erhalten. Neben der Vorbeugung von Schädlingen und Krankheiten spielt sie eine wichtige Rolle bei der Bodenfruchtbarkeit und Struktur. Die Fruchtfolge ist die geplante Reihenfolge für den Anbau verschiedener Pflanzen auf demselben Feld. Die nachfolgende Kultur gehört einer anderen Familie an, um bodenbürtige Krankheiten und Nematoden zu reduzieren. Eine Fruchtfolge kann sehr einfach gehalten werden, aber je vielfältiger, desto mehr Vorteile können genutzt werden, vorausgesetzt, dass die spezifischen Kulturen in der richtigen Reihenfolge und im richtigen Verhältnis gepflanzt werden. Um eine angemessene Fruchtfolge zu entwerfen, ist es wichtig, die zugrunde liegenden Prozesse zu verstehen und die richtigen Schritte zu befolgen. Bodenbürtige Krankheiten und Nematoden benötigen eine anfällige Wirtspflanze, um zu überleben und sich zu vermehren. Sie können sich in oder auf der befallenen Wirtspflanze vermehren. Pflanzenreste und tote Pflanzen sind nach der Ernte möglicherweise von großen Mengen an Krankheitserregern und Nematoden befallen. Durch die Zersetzung der Ernterückstände und Pflanzen bleiben diese im Boden erhalten und erhöhen somit den Befall des Bodens. Dies erhöht den Druck auf die nächste Ernte insofern, dass ein Anbau möglicherweise nicht mehr wirtschaftlich ist. Dieser Zyklus kann durch den Anbau einer Nicht-Wirtspflanze unterbrochen werden, die nicht anfällig für die im Boden vorhandenen Krankheiten und Nematoden ist. Diese Aktion nützt natürlich Gegebenheiten wie das Verhungern des Erregers oder den Antagonismus durch nützliche Bodenmikroorganismen, was bedeutet, dass die Populationen der Erreger und Nematoden sinken, sodass potenziell anfällige Kulturen im gleichen Boden wieder erfolgreich angebaut werden können. Eine gute Fruchtfolge verhindert, dass Schädlinge und Krankheiten eine Populationsgröße erreichen, in der sie den Ernteertrag und die Qualität beeinträchtigen, was zu einem wirtschaftlichen Verlust für den Landwirt führt. Es erhöht oder erhält die Gesundheit des Bodens und trägt so zur Erhaltung der Ertragskraft der Kultur bei. Zunächst wird die Fruchtfolge an die örtlichen Gegebenheiten angepasst. Neben den Marktchancen und dem Bodentyp bestimmt der Befallsgrads bereits vorhandener Krankheiten und Schädlinge das Fruchtfolgeschema. Die Bestimmung des Bodenbefalls durch Nematoden ist relativ einfach und in vielen Ländern bieten öffentliche oder private Labors diese Leistungen an. Im Gegensatz dazu gibt es nur wenige solcher Methoden für bodenbürtige Pilzkrankheiten, zum Beispiel Vertizilium, und diese Analysen sind nur in manchen Ländern verfügbar. Daher ist eine solide Fruchtfolge besonders wichtig, um durch Pilzbefall übertragene, bodenbürtige Krankheiten in den Griff zu bekommen. Das Wirtsspektrum für bodenbedingte Krankheiten und Nematoden muss berücksichtigt werden. Einige Krankheiten und Nematoden haben einen ziemlich engen Wirtsbereich, zum Beispiel Kartoffelzysten-Nematoden, während andere ein breites Wirtsspektrum haben, so wie Trichodorus-Arten. Die Gestaltung der Fruchtfolge hängt stark von den Kulturen ab und davon, welche Krankheiten oder Nematoden bereits auf dem Feld zu finden sind. Hier werden wir mit Hilfe der Best4Soil-Datenbank eine solide Fruchtfolge entwerfen. Unser Beispiel ist ein Feld auf einem sandigen Boden in Nordeuropa. Die Dauer der Fruchtfolge beträgt acht Jahre. Die Hauptkulturen sind Kartoffeln, Zwiebeln und Karotten. Typische bodenbürtige Krankheiten und Nematoden für diese Kulturen sind Verticillium dalie, Sklerotinia, Sklerotium, Fusarium, Foma terrestris, Alternaria radicina, Freiliebe den Nematoden, die Nematoden Bratilenchus penetrans und Trichodorus spp. Innerhalb dieser Rotation bauen wir zweimal Kartoffeln an. Die anderen Kulturen sind Zuckerrüben, Kohl und Winterweizen mit Roggen als Gründüngung. Eine allgemeine Regel lautet, dass eine Kultur nicht mehr als einmal in zwei oder mehr Jahren angebaut wird. Für viele Kulturen ist ein längerer Zeitraum erforderlich. In dieser Abfolge wird beispielsweise die Kartoffel als Hauptkultur durch drei Sequenzen anderer Kulturen abgewechselt. Bodenuntersuchungen und Beobachtungen früherer Kulturen zeigen, dass folgende Nematoden auf dem Feld vorhanden sind. Die Nematode Bratilenchus penetrans und die Nematode Trichodorus spp. Das Niveau des Nematoden Bratilenchus penetrans liegt über der wirtschaftlichen Schadschwelle. Aus diesem Grund schauen wir in die Best-for-Soil-Datenbank, um festzustellen, welche Nichtwirtspflanzen wir anbauen können. Nach dem Ausfüllen unserer vorgeschlagenen Fruchtfolge zeigt das Schema, auf welchem Niveau sich eine Nematode auf den ausgewählten Feldfrüchten vermehren könnte und unter welchem Druck die Kultur unter den Nematoden leidet. Wie wir hier sehen, ist Trichodorus nicht immer schädlich, aber vermehrt sich durch alle Kulturen. Deshalb beschließen wir, die Zwischenfrucht Tagetes patula einzuführen, da Tagetes eine für Bratilenchus tödliche Substanz freisetzt, wenn diese Nematoden in die Pflanze gelangen. Wir sehen, dass eine weitere Schwäche unseres Plans die Reihenfolge von Winterweizen und die Wahl des Roggens ist, da sich Pratilenchus beim Roggen stark vermehrt, bei Zuckerrüben nur gering. Noch besser sind anstelle von Roggen japanischer Hafer und Sommergerste. Deshalb haben wir beschlossen, Zuckerrüben durch Sommergerste und Roggen durch japanischen Hafer zu ersetzen und Tagetes als Gründünger zu verwenden. Das hier ist ein Beispiel für eine verbesserte Fruchtfolge. Im Best-for-Soil-Fact-Sheet zur Fruchtfolge finden Sie weitere Beispiele für mögliche Fruchtfolge sowie eine typische Ackerbau-Fruchtfolge in Nordeuropa mit Winterweizen, Kartoffeln und Winterraps. Weitere Überlegungen zum Entwerfen einer Fruchtfolge werden in diesem Video kurz erläutert. Einige Kulturen werden nacheinander angebaut, um die Bedürfnisse der anderen zu ergänzen. Eine Hülsenfrucht, die Stickstoff bindet, kann vor einer Kultur angebaut werden, die einen hohen Stickstoffgehalt erfordert. Eine tiefwurzelnde Kultur wie Sommergerste kann nach Kulturen wie Zuckerrüben angebaut werden, um die Bodenstruktur und die Wasserinfiltration zu verbessern. Tiefwurzelnde Pflanzen bringen auch Nährstoffe, die in tiefere Bodenschichten ausgeschwemmt wurden, zurück an die Oberfläche. Anstatt den Boden nach der Ernte der Hauptkulturen brach liegen zu lassen, können Sie Zwischenfrüchte anbauen, nachdem alle Feldfrüchte geerntet wurden, jedoch nicht später als nach dem 1. Oktober. Beachten Sie, dass Sie auch bei Zwischenfrüchten die Nematodenpopulationen in Bezug auf Wirz- und Nichtwirzpflanzen berücksichtigen sollten. Zwischenfrüchte verhindern das Auswaschen von Nährstoffen, hinterlassen Rückstände, um den Humusgehalt im Boden aufrecht zu erhalten, sie schützen die Bodenoberfläche und ernähren das Bodenleben. Zwischenfrüchte fördern auch die Bildung von hochstabilen Bodenkrümeln, die der Erosion durch starke Regenfälle und Winde widerstehen können. Erfahren Sie mehr zu den Themen Zwischenfrüchte und Gründüngung in den Best-for-Soil-Videos. Um das Beste aus Ihrer Fruchtfolge herauszuholen, sollten Sie nach Möglichkeit Zwischenfrüchte integrieren. Überlegen Sie sich, welche parasitären Nematoden und Krankheiten Sie haben oder haben könnten und passen Sie die Fruchtfolge und die Wahl der Zwischenfrüchte und Gründüngung an, um diese zu reduzieren. Die Best-for-Soil-Datenbank kann verwendet werden, um die richtigen Kulturen für Ihre individuellen Gegebenheiten auszuwählen und eine solide Fruchtfolge zu entwerfen.